Mein Name ist Jeremy und ich bin der Elektriker auf der Eisenbahn. Die Zusammenarbeit mit meiner Team ist responsabel für die Maintenance der elektrischen Komponenten und die Kismaschinen. Das sind die ganzen Automotrissen, die in der Schlötzeburg, Koblenz und Düsseldorf fahren. Realmaschinen können auch Kissen an regelmäßigen Intervallen revisioniert. Die Ideen, die mir keine Maintenance geplant haben, machen mir die von allen anderen Führern, die bei uns im Schienenresor sind. Wenn es etwas gibt, was mich noch immer begeistert hat, dann ist es technisch. Ich suche schon immer gerne Sachen aus Neugeholt, für zu verstorbenweise Funktionäre. Dafür wird für mich schon immer klar, auf welchen Bereichen zu schaffen geholt. Ich habe meine Leute hier auf der Bühne gemacht und nur durch die Schauspielung glücklicherweise direkt überholt. Ein elektrisches Panner sucht, um eine einzelne Komponente zurückzuführen. Da fährt diese Kabel und eine aufgebrochene Pin. Aber wenn es mir geht, fängt die bei Null an. Dann muss die Schlüssel löst das Problem angrenzen, wie sie die Schleusung vom tun. Das ist immer entspannend. Technik ist immer mehr komplex und Maschinen mehr filigran. Das bringt natürlich auch viel Aufwärtslung am Null. Das ist eine Menge sehr von Prioritäten. Wenn ich nur drei Maschinen ausfahre, dann kriege ich eine Priorität. Sonst fahre ich nur noch keinen Tisch. Und das ist mir persönlich auch immens wichtig. Es soll mir alle Mauerinnen, dass ich hierher komme, für gewisse Challenges zu haben. Für mein Bestes zu gehen, dass sich sicher durchs Land rollen. Dafür schafft unser Service auch 24 Stunden auf 24 oder 7 D-Job 7. Das ist eine Chef-Equipe von sechs Leuten. Das hat mir auch richtig gut gefällt. Da mache ich wirklich viel Koordination. Ich kann aber auch alle Momente raus auf den Terrain an den Hand mal durchpacken. Das hat das geniegt auch richtig für mich. Also crying es schnell zu hier werden. Da habe ich mich wichtig. Das hat das eine sauer Anfah II. So rêver mache ich mich bis jetzt wieder. Vielen Dank.